WHAAT?! Yo, hallo zusammen, hier ist wieder der Let's Go mit einem neuen Playtogether zusammen mit... Hey Klaas! Genau, und wie ihr seht, die Grafik hat sich schon sehr stark geändert. Ich hab mich mal ein bisschen neu equipped mit neuem PC, neuem Monitor etc. War schon wieder Zeit und... Ja, sieht als alles deutlich besser aus. Ich hoffe, euch spricht das auch an. Also, denke ich mal, weil gute Grafik ist immer gern gesehen. Und was tun wir hier? Wir snipen grad ein bisschen rum. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Alles klar. Und ja, die Safe... Hast du einen getötet? Nice. Jaja, ähm... Die Safe Zone ist grad unsicher und wir haben uns jetzt hier grad so ein bisschen positioniert. Wie viel Prozent? 83%? Sascha, der hat auf jeden Fall keinen Rucksack gehabt um den Pistepulle. Also der, den ich jetzt grad getötet hab, der hat auf jeden Fall ein Medium Backpack. Ja, der, den ich gekillt hatte, der hat gar keinen auf. Aber da denkt man immer, wenn man rüberfliegt, dass da einer ist. Da in dem Haus, wo du dachtest, da ist einer. Ey, da liegt was auf dem Dach. Alter, Salz und Bratpfanne! Nebeneinander! Krass! Das muss ich mir dann holen gleich. Wir können ja gleich zum Museum. Und runter. Und da liegt noch ein Bolus vor. Ne, ich hab gestern auch hier gesnipet und da haben sich 5000 Netherzimmer hochgeportet, weil ich schon Blutmeter von 8 hatte oder so. Oder 6. Und trotzdem hat's keiner... Warum sitzen hier so viele Leute? Ja, das ging gestern voll ab, ey. Keine Ahnung. Ich lieg immer hier. Muss mal gucken. Da kannst du perfekt schießen. Und man sieht dich auch kaum. Aber Spieler sind nicht viele. Museum ist irgendwie keiner drin. Aber ich find, Loot müsste man ein bisschen weiter sehen. Ja. Weil's echt wenig. Ja, gestern, wo der René den in 1 getötet hat, hast du's auch nicht gesehen. Das hab ich erst, wo ich hin... Also ich bin hingeflogen, weil er hier festgebackt ist. Da konnte er nicht mehr weg. Dann hat er ihn da drin gekillt. Ah, nicht den Spieler. Ja? Ah, scheiße! Wo ist er? Ja, der läuft so kacke. Ich weiß nicht, wie ich den treffe von der Seite. Ja, Alter! Natürlich nicht. Habe. Ja. Ja, es ist immer schwierig, wenn die seitlich laufen. Wenn die vorne... Also weglaufen oder hinlaufen, dann ist easy. Aber seitlich ist schwierig. Ne, ich hab's seitlich irgendwie einfacher. Ne, bei mir nicht. Ja, kommt auch drauf an. Eben den, der ist gerade vor mir weggelaufen. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab genau auf den drauf gezählt. Nicht getroffen. Okay, was wollte ich jetzt grad sagen. Auf jeden Fall flieg ich dann. Und während ich fliege, baut sich quasi der Loot von dem auf. So, weißt du. Immer so mehr gesehen ein bisschen. Dabei war das gar nicht so weit weg. Das war quasi, wenn du rechts neben uns schaust, und das zweite haust mir den kaputt. Ich bin gar nicht weit weg. Wo bist du denn? Ich würd mich nicht vorne hinsetzen. Da ist René gestern gestorben. Wer? Hm. Ja, weil die kennen viele das Gebäude, aber keiner weiß, dass man auch nach hinten gehen kann irgendwie. Alles Salz und Gratpfanne hol ich mir auf jeden Fall. Waaah. Feine alle rein, Sascha. Ist CV eigentlich noch drauf? Ah, toll. Es gibt's doch nicht. Ja, der ist unter der überwieht. Dass die immer denken, dass wir Stream snipen, nur weil wir das einmal gemacht haben. Meine Güte. Ohne Witz. Sascha. Hinter dem. Ja, da rechts war das. Nicht das erste Haus hier, sondern dahinter. Da war der irgendwie. Da, wo ich hinschaue. Also neben dem großen kaputten. Hinter dem? Neben dem großen kaputten. Da, wo dieser schwarze Kasten drauf ist. Nicht der erste, sondern der zweite. Da war der. Warum auch immer der da war. Hey. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Der hat euch dann gesehen. Nö, nö. Hat er nicht. Der hat gefragt, von wo. Von wo. Von wo. War da glaub ich nur hinfliegen, oder? Was? Da oben drauf? Da wo er war. Hm, nee. Kannst du die Treppe hoch an der Seite. Das ist ja nicht wirklich hoch. Geh nach hier hinten. Ich würde aufpassen. Also muss auf jeden Fall das große Gebäude in Auge behalten. Da wurde der gestern weggesnipet, der René. Weil, da guckt einer hinterher. Der hat halt, der kennt sich halt ein bisschen. Hat sich halt ausgekannt. Und dann hockt er halt direkt vorne. Und ja, dann lockt sich ins Fenster. Buff tot. Hui. Jetzt wird's hell. Boah, Salz und Bratpfanne. Ohne Witz. Ich würde mir das ja gerne aufheben, wenn ich sterbe, zum Leveln. Weil du kriegst eben die 2.055 Erfahrung. Wann? Nein, das ist bei 5 Salz, Sascha. Ah ne, bei 5 Salz. Du kriegst 700 oder... Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich meine das Beste ist eigentlich... 5 Salz ist voll gut. An EPs und sowas? Auch so geil die Lampe, die da oben einfach in der Luft hängt. Haben die vergessen wegzumachen vom Anti-Nazza-Device. Ja. Also, wie zum Beispiel eben halt an EPs oder so, würde ich doch die Bratpfanne sagen. Weil... Die... Die findet man schnell, wenn man weiß wo sie sind. Also die Hotwatch... Ja, O-Museum einfach. O-Museum in den... O-Museum in den... Einfach hochlaufen, fertig hast du für ein Stück. Okay. Ja. Weiß ich nicht, wollen wir mal... Position switchen oder so? Bei Spielern haben wir jetzt auch nur noch achtens. Mann. DKS, was ist das denn? Uf, Frock. Spielern neu in Plan. DKS ist auch... Ne, DKS gibt's schon. Lange. Ah, ist ein bisschen neblig. Ein bisschen... Loil Brainy ist auf unserem Server. Echt? Der hat aber keinen LGG mehr davon. Hä, was ist mit dem kaputt? Warte, ich guck mal grade in der Friendlist, ob der da auch... Kein LGG hat. Kann das ja ein... Namefaker sein. Stimmt. Warte, ich schreib mal. Ne. Das ist er. Lad ihn mal ein, bevor wir nachknallen. Mhm. Macht der denn? Ja, der hat das, äh, weil der andere Spiele gespielt hat, deswegen hat der das weggemacht, hab ich gesehen. Der hat irgendwas... Keine Ahnung, wie es heißt, gespielt. Ja, so einen voll langen Namen, da. Ja. Ist der schon in unserer Gruppe jetzt, oder? Ich hab ihn eingeladen. Okay. Hat noch nicht angenommen. Du hast grad ein bisschen... Hi. Jo. Jo, ich nehm grad auf, Peter. Gern, nur, dass du's weißt. Nimm mal die Einladung an. Nicht, dass wir dich abschießen. Und alles fit bei dir, Peter. Du warst ja schon länger nicht mehr aufm TS. Ja, warte mal jetzt kurz. Das Kackwetter, ey. So, jetzt. Ja, lass mal irgendwie... Keine Ahnung. Macht ihr da, äh, ihr räumt ziemlich gut ab, Heike? Ihr seht grad? No. Ja, geht so medium backpacks wahrscheinlich nur. Wie kann der mich erwischen? Na, ist los? Riverside. Warum war dein LGG wieder davor, Peter? Ich werd da immer total angeflamed von allen Seiten so. Ja, und? Ja. Ich mein, wir töten halt... Ich stresst manchmal, grade wenn man so, äh, alleine oder so unterwegs ist. Ja, und? Einer für alle, alle für einen. Dass die die Wiese nicht gleich in Schwanz einziehen, mein Gott. Ja, das mach ich gar nicht. Natürlich. Direkt schon. Ne, ne, ist nur das angeflamed von allen. Ja, von allen. Betreibst du doch nicht. Na ja, Eggblast, die doch... Hallo Sascha. Wir sind halt sehr bekannt. Und ich mein, wir töten halt viel. Und wenn du viel tötest, machst du dir halt nicht so viel Freunde. Was denn? Das ist halt nun mal so. In dem... Das ist aber in jedem Spiel so. Gut, hier ist es halt ein bisschen extremer. Wenn man stirbt, dann ist es natürlich richtig scheiße, aber... Wofür gibt's Waffen? Sag mal... Das gibt ja Infestation, etc. Die kennen bestimmt 20 Spiele auf Anhieb. Ja. Sascha, glaubst du, man kommt auf das Gebäude vor uns? So, wo ich dir sagen kann, damit Verrecken generell Kacke ist. Ne, hier Sascha. Ist so, je besser du spielst, umso weniger Freunde hast du. Es ist halt nun mal so. Osten. Geh direkt vor uns. Da kommst du drauf. Ja, aber ich will die Bratpfannen und so haben. Ich muss da runterfliegen. Ach, Käse. Glaubst du, man kann von ganz wo da drauffliegen? Wo meinst du denn jetzt ungefähr? Hier direkt vor uns das Weiße. Das hier? Könnte gehen. Das könnte gehen. Zumindest auf die Unterrichtetage. Ja, da musst du aber um das Gebäude hier rumfliegen. Das können wir jetzt mal kurz probieren. Ich flieg mal kurz da runter an das Museum gehen. Dann nochmal neu. Ah ne, da gibt's ja gar keinen. Ah doch, gibt's. Ne, gibt's nicht. Was? Die sind ein Händler da. Ne, ne, gibt's nur in der großen Zone. Ne, muss ich so lange aufheben. Ah, da läuft einer Museum rein links. Scheiße. Links? Ja, durch die zwei Häuser. Ja, ja. Aber der ist schon drin. Der ist schon drin. Bis wir da sind. Schon bei dem Holzding, oder was? Hallo? Oder links noch? Ne, der ist schon durch. Die Häuser durch. Ich hab ihn grad vorne reinlaufen sehen. Ach! Ne, da ist er grad lang gelaufen. Ah, ich hätte ihn noch bekommen. Was wollt der denn machen? Wollen wir mal kurz was testen. Ne, ab und so. Guten Tag, wer ist jetzt gekommen? Ach, Sasch. Ah, MacMac ist auch drauf. Wer ist MacMac? Ähm. Ach so, dieser eine da. Ach so, dieser eine da. Ja, könnt ihr ruhig mal einladen hier. MacMac. Wollte grad sagen, MacMac war doch schon paar mal auf dem TS, oder? Ja, aber ich hab mit dem 0 am Hut deswegen. Keine Ahnung. Aber trotzdem mal einladen. Ne, ja, natürlich. So. Ja, dann lass es gleich mal los, nicht dass das Video... Ja, wir töten grad ein bisschen. Ich nehm auch grad auf. Nur vergessen den Channel zu switchen. Kann ich grad noch schnell mitkommen? Ne, wir wechseln gleich Server. Weil hier ist nichts mehr los. Ja, wir wollen nur kurz was ausprobieren. Ja. Danach, danach komm ich los. Danach kann ich mitkommen. Ach. Hier ist grad, äh, ein Kauf. Gestern Abend noch 30 gedauert. Nice. Okay, komm. Warte, die Save, die ist eigentlich kaputt jetzt, oder? Ja, ja, wir können da trotzdem langlaufen. Compromised. Naja. Boah, die Ultra-Hell ist einfach nur bei mir. Ja, Sascha, du wolltest ja nicht reparieren gehen. Ja, egal, dann nehm ich das halt kurz auf. Da gibt's auch Kohle für Salz und Pfanne, was kriegt man da? Okay, hier vorne liegt noch was. Ah, nein, ich musste nachladen, Käse. Oh, ein Katana. Echt jetzt? Ja, hier vorne liegt manchmal ein Katana. Krass. Boah, das ist mal schön hier, alter. Das ist der einzige Punkt, wo ich... Durch die Häuser, das musste im Anschluss-Video. Durch das schräge Gebäude kommen die Sonnenstrahlen bei mir. Mhm. Geil. Ja, das ist der einzige Spawn, wo ich noch weiß, dass da ein Katana spawnt. Pff, ich hab glaube ich noch nie Katana gefunden. Oh, 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 oh. Die Melee-Brücke findest du's eigentlich zu 90%. Ja, die Meisten kaufen sich das halt. Wird billig. Ja, was kostet es? 60$ oder was war das? Eigentlich ist das zu billig, Sascha, find ich. Hm. Ne, Katana das spawnt nicht random, das spawnt am festen Plätzen, glaub ich. Ja. Weil Pullman oder so, da findest du definitiv kein Katana. Und auch keinen Rucksack. Gibt's nicht. Okay, lass ein bisschen beeilen, sonst wird das Video zu lang. Da musst du aber um das Haus rumfliegen, gell? Ja, der eine CV, der dich getötet hatte, ne? Welcher? Hier unten drin. Ja. Hatte dich doch einer gekillt, ne? Ja. Vielleicht war das so ein Hacker, äh, CV, der sein Namefaker. Das kann sein. Ja, der hat ja auch dich dann gekillt. Oder nicht? Hallo? Nein, nein, der war weg. Komm hier nicht rein. Okay. Ja, dräng mich ab, Alter. Na, ich muss kurz die Stamina aufladen. Der hat einfach deine, äh, besten Sachen hier. Mech und, äh, Dutch Military und sowas genommen und ist dann abgehauen. Ja, vor allem, dass er weiß, wo ich komm, ey. Wer campt denn bitte da? Niemand. Ist ja total unprofitabel. Einfach einen Raum auf der ganzen Map zu campen, also. Schon sehr auffällig. Außer der hat mich vielleicht vorher irgendwo gesehen, aber das kann eigentlich auch nicht sein, aber dann hätte ich ihn auch gesehen. Sascha, da müssen wir aber ganz oben drauf. Ja. Ja, das wird schwierig. Also nicht, dass wir da durchfliegen, gell. Ich hab jetzt keinen Bock. Ja, du kannst die Leiter direkt wieder öffnen. Ja, wir müssen aber eigentlich gehen, weil das Gebäude... Plötzlich zwei LGG, komm bitte zu, Sascha. Kommt so ein grüner Rucksack, steht da unten, da siehst du uns beide runterfallen. Oh, ein bisschen Loot. Ja, das Geiste, was mir passiert ist, da stehe ich so in einem Westview drin, so ein Military und so, damals noch, boah, krasses Military. Da wusste ich noch gar nicht, dass es einen Latsch gibt oder so. Und auf einmal stirbt der. In the safe, an Nahrung. Alles aufgehoben, ey. So gut. Okay, go, go, go. Du kommst doch da eh wieder nicht hoch, oder was du? Doch, klar. Ah ja, sehr gut. Boah, ey, das wird übelst. Boah, mein Gott. Boah, ich mit meiner neuen Tastatur ist das noch nicht so denn. Oh Gott. Ich hab's doch nicht so mit feinen S. Ah ja, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Ja, aber du kannst vielleicht auf die Zwischenetage da eins weiter unten, weißt du was ich meine? Ja, aber schaffst du nicht. Und von wo können wir denn noch hier oben hin? Dudelt Escort läuft bei euch unten lang. Oh, Loi. Voll die gute Sache. Warte mal. Ah, da, ich seh's. Ja, warte. Ja, der kommt vom Quatschen und dann hört man nämlich nix. Wo denn? Das ist vor der Safe direkt. Ah, da, ja. Auch geil. Loi. Ich hab gar nicht deinen Schuss gehört. Nicht? Ne. Okay, lass mal versuchen. Ja, wo könnten wir denn jetzt hier hinten? Da kamst du, du schaffst es nicht. Das seh ich doch jetzt schon, dass du es nicht schaffst. Das schaffst du nie. Guck mal. Du weißt. Das ist zu hoch. Das ist einfach zu hoch. Wo, wo, wo könnten... Lass mal hier hinten irgendwie was gucken, wo man hin kann. Boah, das ist nix für mich hier. Ja, ja. Über ner neuen Tastatur. Geht schon. Guck dich einfach an den Eck. Ja gut, das ist ja alles altbekannt hier. Da vorne kann man nicht hin... Da müsste man schon rechts irgendwie nen neuen Spot. Boah, Alter, ich kann von hier auf Randolph snipen. Aber volles Rohr, ich seh alles. Ja, du siehst Spieler nicht aber auf die Entfernung. Ja, aber ich seh auch die ganzen Häuser, wo du nicht hinkannst. Ich seh richtig diesen, so ne Skyline. Jaja. Ui. Ja, so Feinjustierung ist noch ein bisschen schwierig bei mir. Ich flieg da jetzt trotzdem mal hin. Sonst flieg ich da einfach vorbei. Ja, warte, ich film das. Dann gehen wir zu Manso oder so. Nee, wir gehen vom Server. Achja. Zu wenig Spieler. Warte, 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 warte. Okay. Schaff's eh nicht. Jetzt kommt der gleich wieder hoch und tötet mich. Naja, das geht nicht. Ja, sag ich doch. Ich flieg trotzdem mal hin. Mach keinen Scheiß, Niklas. Äh, das geht schon. Ich flieg jetzt da so rechts zwischen die Gebäude. Ja, ne, ich scha- ich scha- ich hab auch nicht, glaube ich, nicht auf die untere Etage. Was machst du? Du fliegst gleich dagegen oder was machst du da? Äh, ich guck mal. Kommt man auf die untere? Kommt man da rauf? Ich glaub, du glitschst durch. Ich glaub, du glitschst durch. Kommt man da rauf? Ja, fast. Das- das geht. Wenn- wenn man da drauf landen kann, dann- oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du failst, du failst. Ja. Nice Reaktion. Ja, ich hab direkt wieder Gleiter gehalten. Wurde ich knapp davor, weil das ist ne unsichtbare Wand. So, ich flieg mal im Museum und dann können wir uns ausloggen. Na, ich guck mal hier oben auf dem Gebäude, wo man hochlaufen kann, wo du eben meintest. Da liegen manchmal auch ne Bandage und so, dann hab ich wieder volle Leben. Da oben Spieler, zwei Large Militarys, die mich nicht angucken. Hi, hi, Sascha, was geht? Du schießt? Ja. Okay. Vielleicht kann ich ja da noch einen wegsnipen, mal gucken, was du sagst. Ja, ich flieg mal auf die beiden Gebäude davor. Boah. Ach, ich flieg jetzt einfach mal rein. Ach. Richtig töten im Flug. Beständig. Ja, mal gucken. Oh, schön Sascha. Ich lauf mit dir mit. Body drin. Ich lauf, flieg mal direkt ins Zelt rein. Wo bist du? Oh Leute. Yeah. Alles klar, liebe Leute. Dann wieder vielen Dank fürs Zuschauen und wir sagen Tschüss. Ciao. Bis denn. Tschüss. Oh, come on. Have a Bobby like that. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.